So, ich habe die Aufnahme gerade nochmal neu gestartet. Ich habe gerade gesehen, ich habe die Hintergrundmusik viel zu laut gehabt. Und für alle, die jetzt wissen wollen, was ist neu im Shop drin? Wir gehen direkt rein, aber guckt mal, mir fehlen nur noch 1000 Punkte. Bin ich nächste Division in der Arena. Ihr seht, den Skin habe ich mir auch schon gegönnt. Und jetzt gucken wir einfach mal, was ist neu im Shop. Hier oben hat sich nichts verändert. Gut, ich weiß jetzt schon, was kommt, aber ihr seht, das ist die große Veränderung. Das war der 15 Uhr Hype. Also die Walking Dead Geschichte ist wieder da. Und lieber Luca, wenn du mir was schenken möchtest, dann hätte ich gern genau diesen Skin von der Michonne. Also, wenn du mir was gönnen willst, dann hast du jetzt die Chance, der Skin bitte. Und es ist kein Battle, es ging darum, der Luca hat nämlich heute gefragt, welchen Skin ich denn haben will. Weil er wollte mir eigentlich den Beast Boy schenken, aber den habe ich heute Morgen schon selber geholt. Und in dem Sinne, hier ist deine Chance, Luca. Ich habe auch mehr erwartet. Einige haben halt gedacht, die Star Wars Skins kommen zurück. Dann war natürlich wieder Travis Scott die Rede, Marshmallow. Aber das ist die Überraschung. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß noch beim Leveln. Und haut rein. Und dannو ein. Und dann?